Hallo liebe Zuschauer zum jetzigen JFD Live Trading TV am Montag zum Wochenauftakt 1640 hier 21. September. Ja, wir sehen ein Stück weit Entspannung, zumindest die Versuche einer solchen und wollen hier schwerpunktmäßig den S&P 500 als natürlich Gradmesser bei den US-Indizes mal hier rauspicken, der hier natürlich von seiner Kursrelevanz wesentlich aussagekräftiger ist als der Dow Jones und deswegen mal hier die Beschau des Indexes. Wir fangen mal mit dem Tagesstarter an. Wir haben hier die unverändert bärische Flagge. Heute, ganz interessant, nachdem es am Freitag hier schon eine sehr, sehr kritische Konstellation gab, hier heute mit einem Reversal und das ist natürlich die Frage des Titels. Es klappt, glückt die Rettung kurz vorm Sell-Off sozusagen noch gedreht. Letztlich hat der Index es auf jeden Fall geschafft, nach schwacher Eröffnung und weiteren Preistiefs hier wieder nach oben zu drehen, zumindest hier in dieser 24-Stunden-Indikation, die wir hier immer nutzen, die JFD Brokers-Indikation, um praktisch hier das gesamte Marktrauschen einzufangen. Jetzt sehen wir hier eben den Index, wie er sich wieder erholt an dieser unteren Trendlinie, die bereits schon sehr, sehr häufig in Form dieser bärischen Flagge hier standhielt und der Markt orientiert sich just wieder nach oben und die Frage ist eben, was passiert jetzt? Technisch kann man sagen, okay, von diesem unteren Level ausgehend hatten in der Vergangenheit immer wieder Erholungsimpulse hier einen Einzug gefunden und insofern ist es auf Tagesbasis durchaus denkbar, dass, jetzt scrollen wir uns mal ein Stück weit raus aus dem Chart, dass, wenn der Index hier das Niveau von 1980 eher noch besser, 1986 überwindet per Schlusspreis, dass es dann aussieht, als würde diese 1 der Unterstützung, die jetzt als Widerstand fungiert, hier überwunden werden können und dann wäre der Index grundsätzlich imstande, weiter anzusteigen. Das kann man in jedem Fall schon mal unterstellen, dass, wenn es denn hier zu einer Fortschreibung der Erholung kommt, der Index zumindest korrektiv hier noch mal Luft holen könnte, um die Marke von 2000 Punkten noch mal zu attackieren. Das wäre sozusagen mal hier der Plan B erst mal, um das mal vorsichtig zu skizzieren. Deutlich über 2000 Punkte kann ich es mir unverändert nicht vorstellen. Ich rechne weiterhin mit einer größeren Marktschwäche, auch in Übersee. Aktuell, Erholungsimpuls wäre das mal Plan B. Das präferierte Szenario ist, dass der Index heute noch Schwäche zeigt, Schrägstrich unterhalb von 1980, also jetzt hier nicht mehr mit großen Gewinnen aufwartet, hier nach unten wegkippt und insbesondere, wenn das Freitagstief rausgenommen werden würde, ich muss den Fall mal hier neu machen, insbesondere, wenn das Freitagstief rausgenommen werden würde, hätte der Index in jedem Fall gute Chancen, dann weiter nach unten zu kippen. Und das könnte sich dann so darstellen. Und gerade, wenn die bärische Flagge aufgelöst wird, per Close, das wäre jetzt hier als signifikante Signalgebung mal hier das Low, beziehungsweise auch das Close schon hier vom Freitag 1952, wäre schon mal hier so ein Trigger-Level, wo man sagen kann, wenn es da runter geht, dann hätten wir auch hier die Kerze vom 15. und 14. unterschritten, gerade per Close, dann wäre das auf jeden Fall hier eine sehr, sehr signifikante Einladung, um an einer weiterfallenden Tendenz partizipieren zu können. Die Saisonalität bläst ins gleiche Rohr. Hier sieht es natürlich so aus, dass wir bis in den Oktober hinein eine sehr schwache saisonale Phase haben. Ab Oktober, Obacht, wird es wieder sehr, sehr spannend. Da scheinen dann rein technisch und saisonal und zyklisch die Bullen wieder so ein Stück weit das Rote an sich reißen zu wollen. Das bleibt mal zu beobachten, was der Index hier macht. Ob es nach einer weiteren Schwächephase dann bereits hier zur saisonalen Wiederauferstehung kommt oder ob wir uns hier tatsächlich mit einer größeren Korrekturbewegung anfreunden müssen. Meines Erachtens der Index hier nach wie vor in einem bärischen Lager. Wir haben hier nach oben hin das 61er Fibonacci-Level, was unlängst schon mal hier im Sinne des FED-Events touchiert, attackiert wurde. Konnte, wie gesagt, Sie sehen hier diese Art Shootingstar-Kerze nicht gehalten werden, seither schwäche. Jetzt folgt im Prinzip die Reaktion auf den schwachen Freitag und den schwachen Donnerstag mehr, mehr oder weniger, dass für mich aber hier so ein Stück weit nur der Griff nach dem Strohhalm mehr oder weniger, ich rechne eher damit, dass die weitere Woche auch gerade vor dem Hintergrund der technischen und saisonalen Situation hier von Schwäche geprägt sein dürfte. Das ganze Bild würde sich erst ändern und das muss man natürlich als Analyst und auch Trader natürlich immer im Kopf haben, wenn es hier signifikant per Daily Close über 2000 geht, dann bleibt natürlich die Option hier das eigentliche Widerstandslevel bei 2045 zu attackieren. Das wäre aber nun wirklich dann auch der Plan C sozusagen. Also das Szenario, was hier gerade mit dem wenigsten Gewicht zu betrachten ist und insofern auch hier der graue Feier, der, wenn es denn hier über 2000 Punkte geht, gerade per Close relativ deutlich, dann locken wohl hier auch weitere Preisaufschläge bis in den Bereich 2045, 2048. Warum? Wenn man hier raus scrollt, sehen wir sehr schön, dass wir hier auch eine frühere Unterstützungszone hatten, die wir hier gnadenlos Ende August, gerade mit der Kerze vom 20.8. hier nach unten durchbrochen haben. Und dieses Level 1 Unterstützung wäre nunmehr eben hier im Sinne dieses roten Pfeils als Widerstandslevel anzusehen. Und da müsste man dann mal die Situation wieder in die Waagschale werfen, denn wenn sich der Preis über das 61er Level erhebt und dann Richtung 2045, 2048 schrebt, wäre natürlich auch diese vorangegangene August-Korrekturbewegung schon rein technisch zu stark korrektiv erholt, als dass man sagen könnte, jetzt kommen die Bären tatsächlich wieder zurück. Letztlich wäre das hier, wenn es hier wieder nach oben geht, auf jeden Fall eine interessante Konstellation, um eben zu sagen, dreht hier vielleicht der Trend. Aber soweit sind wir nicht. Die technische Situation weiter angespannt und insofern hier unverändert kritische Lage, auch wenn die Bullen heute versuchen, hier diesen Trendkanal, diese bärische Flagge aufrecht zu erhalten. Mir scheint, das ist nur ein Spiel auf Zeit. In diesem Zusammenhang, liebe Zuschauer, werden wir auch schon durch für das heutige JFT Live-Trading. Morgen dann wieder weitere Möglichkeiten von gegebenen Chancen am Morgen der DAX und am Nachmittag wieder ein US-Index. Morgen dann auch nochmal eine größere Analyse zu einem der zwei. Warten wir mal ab, was wir noch finden. Ich sage erstmal Danke fürs Dabeisein, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Rest. Handelstag, schönen Feierabend. Ihr Christian Kemmerer und Tschüss. Danke fürs Dabeisein, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Rest. Danke fürs Dabeisein. Vielen Dank.